Sie sind hier, 4. November 2018, 8 Uhr 31, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Stefan Bradl hat seine ersten Punkte in der MotoGP-Saison gesammelt, Urheberrecht Getty Images Stefan Bradl holt bei seinem 4. Saison-Einsatz in der MotoGP erstmals Punkte, den Sieg in Sepang sichert sich Weltmeister Marc Marquez. Valentin Rossi stürzt. Motorradpilot Stefan Bradl hat beim großen Preis von Malaysia bei seinem 4. Saison-Einsatz seine ersten Punkte geholt. Der 28-Jährige belegt ein Sepang den 13. Platz. Bradl, der eigentlich Honda-Testfahrer ist, ersetzte in Malaysia den verletzten Briten Kyle Kratzlo. Bei seinen vorherigen drei Einsätzen in Brünn, Tschechien, Misano, Italien und am Sachsenring war Bradl ohne Punkte geblieben. Den Sieg sicherte sich Weltmeister Marc Marquez Honda. Der Spanier profitierte dabei von einem Sturz der italienischen Ikone Valentin Rossi. Der 39-Jährige rutschte vier Runden vor rennende Entführung liegend von der Strecke. Zuvor hatte Rossi das Rennen vom Startweg dominiert, Marquez kam dem Italiener vor dessen Sturz jedoch immer näher und erhöhte sukzessive den Druck. Hinter Marquez belegte sein Landsmann Alex Rintz Suzuki den zweiten Platz vor dem Franzosen Johann Zarko, Yamaha. Rossi kam nach seinem Fuppa außerhalb der Punkte Ränge ins Ziel. Schrötter in den Top 10 Marcel Schrötter hat in der Moto2-Klasse eine weitere Top-Minus-10-Platzierung eingefahren. Der 25-Jährige belegte beim Premieren-Sieg des Italieners Luca Marini den neunten Platz. Marinis Teamkollege Francesco Becnaia erreichte der dritte Platz, um vorzeitig den WM-Titel in der mittleren Klasse perfekt zu machen. Zwischen den beiden Italienern reihte sich Becnaias Titelrivale Miguel Oliveira, Portugal, auf dem zweiten Rang ein. Moto3-Pilot Philipp Pettel, KTM, konnte ein enttäuschendes Wochenende nicht versöhnlich abschließen. Der 22-Jährige aus Einring war nach einem schwachen Qualifying nur vom 24. Platz aus ins Rennen gegangen und landete am Ende auf dem 19. Rang. Auf die Punkte Ränge fehlten Oertel im Ziel über 12 Sekunden. Den Sieg in der kleinsten Klasse sicherte sich der Spanier Jorge Martin, Honda, der sich damit wie Becnaia am vorletzten Rennwochenende zum neuen Weltmeister krönte. Zweiter wurde Lorenzo Dalla Porta vor Ennea Bastianini, beide Italien. Martins Rivalen Marco Bezzecki, Italien, KTM, vom deutschen Team Prüste-GP reichte der fünfte Platz nicht, um die Titelentscheidung zu vertagen. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017